Was sind das Sneakers? Alter, was ist mit dir? Scheiß Apparate-Fan. Cool. Digga, was geht, Alter? Boots, so kleine... Ich schwör, ich weiß, was Dora vorm Schlafki macht. Gönnen sich einfach ein Case Freak und ein Apparate-Video. Jeden fucking Tag. Dann fingert sie sich richtig hart. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part. Okay, erstmal ein schönes Dünngeräusch machen. Damit beginnen wir natürlich sehr schön den Part. Sehr gut. Okay. Oh. Und ich habe gerade vorhin herausgefunden... Äh, lol, lol, lol. Ich habe gerade vorhin herausgefunden, damit wir diese drei grünen Kristalle sowieso brauchen. Sonst können wir das Löffel gar nicht beenden. Geh einfach runter, please. Oh. Ne, 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 ne. Geh durch da. Danke. Oh Gott, da sind wir dunkle Krokodile. Geh rüber. Danke. Danke. Achso. Und hier? Ah, ich habe schon alle drei. Ja, habe ich das Level schon mal gemacht? Ne, 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 habe ich nicht. Da habe ich nur gerade gefragt... Hä, wo bin ich jetzt? Oh. Hier oben? Ich schätze mal, hier oben ist schon das Ende. Hm, sieht sogar so aus. Ähm, hi. Kann ich nicht lang? Ich kann da allgemein nicht lang. Okay. Okay. Und ich bin wieder am Anfang. Ähm. Okay. Okay, na dann. Lass mich da durch. Dann müssen wir da runter. Da hinten ist es doch. Da geht es noch weiter runter. Aber wo? Ah, hier. Okay, es ist... Ist... Oh, Boots! Ich liebe dich. Ja, let's go. Oh, ich kann nicht so festhalten. Aber wir reiten lieber wieder auf unseren... Geilen Schildkröten. Kröten. Warum heißt der eigentlich so? Warum heißt ein Schild... Ach, umleg mich. Halt dich doch mal einfach an. Warum heißen die so? Warum sind das Schildkröten? Warum? LOL! Spring doch. Der kann ja sogar einen Doppelsprung... Alter. Was ist das für ein overpowered... Spass. Halt dich fest. Ich kann doch gar nicht hoch. Nö. Ich kann mich doch da festhalten, oder? Äh. Warte, jetzt okay. Halt dich fest. Sch. Robot. Wie schwer ist das bitte? Wie schwer denn? Mach's doch noch schwieriger. Kann ich's... Warte mal. Los, halt dich fest. Was ist denn das? Kann man doch gar nicht schaffen. Ähm. Okay. Ist das jetzt irgendwie gewollt, oder wie? Halt dich trotzdem fest. Und bei einem Doppelsprung kann ich mich nicht festhalten. Willst du mich verarschen? Ähm. Spiel. Hi. Hallo. Ähm. Als ob. Und jetzt hier hoch? Oh. Und da oben ist jetzt im Endeffekt nur ein... ...verfickter blauer Kristall. Warum? Dann holen wir uns die beiden auch noch. Was war das jetzt im Endeffekt? Nichts. Müssen wir noch weiter nach unten. Weißt du was? Spiel. Leck mich. Nicht treffen lassen. Nein. Einfach voll auf die Schnauze. Komm, hol dir wenigstens auch den Kristall hier. Und den hier. Okay. Ja. Danke, Boot. Danke, Herr Schuh. Das ist so unnötig, die ganzen Charaktere. Warum heißen die so? Warum heißt der Typ einfach Boots? Warum? Ich so, hä? Was ist das für ein Seil da oben? Lol. Kann ich aber sowieso irgendwie nicht hoch. Ja, weißt du ernsthaft? Warum heißt der so? Warum heißt der Schuhe? Oder? Ja, doch. Das heißt doch Schuhe, ja. Warum? Ähm. Und jetzt? Ähm, okay. Oh. Schaffen wir es, alle 30 blauen Kristalle zu finden? Es sind doch Kristall, ja. Ich glaube mal nicht. Weil es bald vorbei ist. Richtig. Hey, jetzt ist das Ende. Los. Oh mein Gott. We did it. Ja, wir haben es geschafft. Nein, geh einfach durch. Ja, tanz wieder. Richtiger Bitchmove, Alter. Ja, es ist mir egal. Ja, ich weiß, dass du die Map bist. Sind wir jetzt am Bauernhof? Geil. Bauernhof. Okay. Alter. Was ist das? Seht ihr, wie hier der Bauch raushängt? So ganz leicht. Was läuft falsch bei dir? Okay. Muss ich das jetzt ver... Was sind das? Sneakers. Alter, was ist mit dir? Scheiß Apparate. Fan. Cool. Digga, was geht, Alter. Gut, so kleine... Ich schwör. Ich weiß, was Dora vorm Schlaf gemacht hat. Die gönnen sich einfach ein Case Freak und ein Apparate Video. Jeden fucking Tag. Dann fingert sie sich richtig hart. Dein drauf. Ah, man, na ja. Kann man drauf... Nee, man sagt sich nur... Man kann sich keinen drauf fingern. Was labere ich? Was geht? Hä? Nein, Swiper nicht klauen. Was sagt sie eigentlich? Oh man, ja. Verpiss dich. Ciao. Und das ist jetzt was? Ein neues Item, oder? Hä? Das ich irgendwie nicht verstehe. Bye. Lol, wie dumm ich einfach verletzt, du Hulm. Weg. Und was hat das jetzt mit dem Bauernhof zu tun? Eins, ja. Ähm. Lel. Oh. Ah, hier sind die Schuhe. Lol. Was geht, Alter? Was? Wie dumm bist du halt? Hä? Er muss das... Lol. Komme ich da jetzt eigentlich nicht mit den Schuhen auch hoch? Als ob. Das ist aber nicht so vorgesehen. Richtig dumm. Und da ist der Dritte. Oh Gott, und die tut mir, glaube ich, so. Geh weg, du dumme Schlange. Okay. Dann haben wir das Level auch schon fertig. Ach, geh einfach weg. Ähm. Oh. Ja, du geh mir auch aus, Meg. Ist das Level jetzt ein kaputtes Förderband? Das sieht mir auf jeden Fall aus. Frag mich nicht, was das sein soll. Kann ich jetzt hoch? Geh einfach baden. Und ich wusste, dass ich mich jetzt... Dass ich jetzt getroffen werde. Also kann ich da nicht durch? Verpiss dich. Äh. Okay. Ist jetzt endlich mal das Ende? Ja, komm. Ja. Ja. Und wo kommt eigentlich Boots immer her? Was läuft bei dem Fall, Bitch? Ah, alles klar. Dora will einfach mal übers Ziel hinausfliegen. Okay. Ja, das juckt mich nicht, ob du die Kart bist. Okay. Ah, Mann. Ja. Schlangen. Ich hasse Schlangen. Mal so eine allgemeine Frage, wer es hier schaut. Hast du mehr Schlangen oder Spinnen? Oder könnt oder mögt ihr beides? Alter, geh weg. Das ist... Passt jetzt gerade gut rein. Alter. Denn... Es sind ja auch... Das sind ja Spinnen. Also so wie es mir aussieht. Fragt mich nicht, ob das also wirklich jetzt Spinnen sind. Es sieht mir auf jeden Fall so aus. Ach komm, geh da hoch. Please. Danke. Warum denn nicht? Nichts. Hä? What the fuck? Lol. Also hopp. Und hier muss ich jetzt mit den... Kann ich nicht irgendwie wechseln? Ah, hier. Ja komm, Dora. Hoch mit dir. Geile Wildstute. Hoch da. Danke. Danke. Und rüber. Und rüber. Als ob. Okay. Wo soll denn das jetzt gehen? Komm ich da so rüber? Ja komm, fick dich. Lol, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hä lol, gar nicht. Wie wird das denn gerechnet, ob ich jetzt sterbe oder nicht? Geh einfach vorbei. Ah, da war doch so ein grüner Kristall. Da muss ich hin. Warum? Geh hoch. Was willst du von mir? Geh hoch, komm. Als ob. Geh so rüber. Hier auch. Hier auch. Dankeschön. So, komm ich da hoch. Lol. Da komm ich auch rüber, oder? Ach komm, leg mich am Arsch. Willst du mich doch ficken? Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Nur hier die Fotze. Die will keiner. Nee. Okay, ich hasse Raben. Ich hasse allgemein... Ey, jedes Federvieh. Egal was es ist. In jedem Spiel. Ich hasse es. Hoppets in Ocreen of Time. Ja, okay. Wie dumm bin ich eigentlich? Fledermäße sind keine Federvieh. Lol. Verpiss dich. Was denn? Willst du mich ficken? Ähm, ist da hinten jetzt irgendwas? Sieht so aus, denn sonst würde ich mich eigentlich schlagen. Nee, jeder... Wenn da jetzt nichts ist, dann dürfte mich alle einmal schlagen. Kommt das mal wieder? Als ob, was willst du? Nee. Was ist... Wie behindert wird das Spiel, bitte? Was denn? Wie ich einfach noch keinen einzigen Kristall habe. Das ist... Nee. Fick dich. Komm, 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 hier. Hoch da. Als ob da unten so ein Kristall ist. Ist da vorne jetzt was? Ach nee. Auf den Boden. Und weiter. Wieder auf den Boden. Sammeln. Und einfach... Wäääh. Lol. Lol, da ist sogar etwas. Aber ich schätze mal, da ist auch das Ziel. Ja, das ist das Ziel, als ob. Was willst du von... Geh weg. Komm, Pissara, aber die sind einfach alle weg. Wann braucht ihr euch? Und? Was, wenn ich jetzt hier runterspringe? Oh lol. Nee, ich dachte, ich kann jetzt rüberfliegen. Fliegen, so was ist das? Loll. Äh, irgend... Willst du mich eigentlich ficken, oder was ist da los? Was geht, Kind... Lol. Was ist das? Da habe ich mich ja letztes Mal schon gefragt. Hä? Ach, das ist so eine... So eine Karte, das ist alle... Ah, lol. Als ob. Weiß ich jetzt, was das ist. Okay. Ach, ja, und im Übrigen, ich will jeden Part deiner Welt schaffen. Im letzten Part waren es ja fast zwei, aber... Büss. Da kann man nicht rüber, ohne dass man getroffen wird. Das schafft man nicht, ne? Komm, dumme Plattform, komm einfach... Fick dich! Fick dich! Warum ist das so? Warum... Warum... Werden da immer... Da... Hallo... 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 Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Ich frage mich halt, warum da lauter Förderbänder sind. Was machen die da? Verpiss dich. Tschüss. Oh, Dora, du kleine Frutte. Komm. Das ist halt echt mal meine Frage. Warum sind da Förderbänder? Was machen die da? Ich glaube, ich kann da jetzt einfach nach vorne. Ja. Ja. Geh einfach durch. Oh Gott. Geh einfach nach vorne und gib Gas. Weil ich musste jetzt wieder auf den Boden. Zeit zu. Als ob ich keine... Oh, lol! Kann ich jetzt einfach laufen? Oh Gott, ich hab's geschafft. Gib Gas. Ich will das nicht. Ich will dich nicht tanzen sehen. Nein! Danke. Es interessiert mich nicht. Weiter geht's. Danke. Ah, Mann. Ja, sehr schön. Komm. Oh, lol. Geh durch. Danke. Und da jetzt hoch oder wie? Normalerweise ist es am Anfang gar nichts. Außer hier vielleicht? Nee. Hier ist nichts. Oder doch? Lol. Mein Gott, ich hab schon wieder lol gesagt. Und hier kann ich nicht hoch. Was ist mit dir? Als ob du da einfach stehst. Und so wie es mir aussieht, kann ich gar nicht sterben. Wie geil ist das? Das ist mal ein gutes Spiel. Man kann nicht Game Over gehen. Das richtige Spiel für mich. Mit der richtigen Schwierigkeit. Ist hier oben was? Als ob geh hoch. Okay. Alles klar. Alles klar. Springen einfach runter. Hö. So. Was? Was geht? Ähm. Ach so. Runter mit dir. Danke. Okay. Das Level geht aber auf jeden Fall schneller. Hier sollte aber jetzt eigentlich wieder Blut sein. Und nein. Das juckt mich nicht. Warte mal. Und nein. Wieso kann ich da nicht drauf? Warum? Nein. Geh hoch. Und jetzt. Danke. Und jetzt rüber. Und da ist nur ein einziger blauer Kristall. Sehr schön. Und alter. Was ist das für ein großes Haus? Was? Okay. Das ist das Ende. Und da ist die dritte. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind erst bei 18 Minuten. Na dann. Was machst du? Alles klar. Okay. Dann haben wir jetzt die dritte Welt abgeschlossen. Ja. Ja. Oh lol. Dann sind wir jetzt. Hier haben wir in der vierten Welt. Es waren insgesamt sechs Welten. Dann würde ich sagen. Okay. Dann wird das jetzt Pläne fünf Parts so haben. Sehr schön. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Macht was ihr wollt mit dem Part. Dislike den. Danke. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.